und heute mal der klon bonus war es schon mal gut das war nur noch vollkriegen jawohl gleich im ersten sehr schön kannst du ja noch mal bringen bleibt dabei und heute gibt es mal hier zehn freispiele schade das war ja nicht die welt zarte zehn euro und heute schauen wir mal was die piraten sagen schnappen wir uns mal ein paar minzen was wildet ist immer gut ein paar freispiele mal los so 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 Das war's für heute. Ei, ei, ei. Das war ja nicht der Bruller, du Kollege. Dann schauen wir doch mal, wie viel der für uns hat hier. 2 Euro Einsatz. Die 15 wäre gut. Oh, macht er. Sehr schön. Mal los, ein bisschen was wildet hier. Ne, uns stehen 5 zu. Alle da hinten. Ja, was sonst. Fantastisch. Okay, soviel dazu. Und es gibt hier mal eine Runde Freispiele. 2 Euro Einsatz. 10. Warte mal vollkriegen. Werdet ja echt cool. Warte mal. Vielen Dank. Das war's für heute. Nummer 10 schon wieder. Auch nur 3. Mehr ist es nicht. Und heute erfüllen wir mal wieder einen Zuschauerwunsch. Zwei Euro Einsatz. Los, rücken wir aber da raus hier. Zehner. Dann eben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Na? Wo ist mit dir, du aus? Nö, will er nicht. Dann schön merkab hier. Das war's für heute. Hm. Wie man macht, macht man verkehrt. So, sind wir unten angekommen. Einmal nix. Oh, guck. Ja, 40 Cent. Ja. Ist klar. Weg sind sie. Und wir schauen mal hier rein. Ein Euro-Spieler-Einsatz. Das war's für heute. und die Nummer 10 noch mal zwei, dann waren sie das schon wieder und heute gibt es mal eine Runde Doppelbuch 10, da muss er noch was höher sind ah, ist er selber in grün so 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 wir nehmen mal 5 von jener Sorte, da sind sie auf Ansage sehr schön so 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 dann schauen wir mal hier rein 15 Preispiele, 1 Euro Einsatz, los gehts so 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 wo so So Tja, nichts anderes erwartet. Und heute drehen wir mal Jenerwunde. Gucken ob wir etwas abstorben können. Da haben wir schon den ersten. Meier Mannix. Gucken ob wir etwas abstorben können. Und heute drehen wir mal Jenerwunde. Wir haben einen Ratsch. 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 Da waren es schon 8 Ratsch. So, was waren wir? Was kommen wir? Wir haben einen Ratsch. Wir haben einen Ratsch. Wir haben einen Ratsch. Wir haben einen Ratsch. und wir schauen mal ob wir hier jemand beklassern können los geht's weg tippe er auf 57 ja 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 Ganz große Klasse. Ganz große Klasse. Und da macht das kaputt. Spielwechsel. Und wir rüllen mal hier eine Runde. 2 Euro. Los geht's. Gucken wir mal, ob das Flugzeug da kommt. Los geht's mal in das Ding da. Gucken wir mal, ob das Flugzeug da kommt. Du könnt aber schon mal langsam. So wird das nicht. Gucken wir mal, ob das Flugzeug da kommt. Hier wechselt. Schauen wir mal hier eine Runde. Wir machen mal ein paar. Gucken wir mal, ob es mit einer Flamme gibt. Gucken wir mal, ob es mit einer Flamme gibt. Gucken wir mal, ob es mit einer Flamme gibt. Keine mit frei oder what? Durchrauscht. Da zündet nicht. Spielwechsel. Drei mal unter Glanzkopf. Geil. Schick. Oh. Ja, hier mal so Lübe. So, Kohle her. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier mal 5 zusammen kriegen. Los geht's. 4, weiß ich nicht. Und jetzt sind wir hier mal wieder. So. Da ist es nicht so. Aber wir lassen uns nicht so. Und ein bisschen mehr ein paar Paare. Und das ist jetzt nicht so. Nee, Alter. So. Na, wird es dann gehen. Da sind sie, dann zeigen wir uns mal weiter, lasst ihr die Höhen fallen, ach, kiek an doch, was jetzt. Hier haben wir noch so einen Schwung hinterher. Mehr gibt's nicht, naja, dann nehmen wir die 40, was soll's. Der hüpft ohnehin hoch, na dann nicht, dann müsste das sein, nächste Runde. Okay, da kommt ja nichts nach. Gut, Spielwechsel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.